Auf den Restart! Und das Fahrt geht noch mit hier! Und der hängt ihn da am Hinterrad, aber er versucht sich da natürlich ein bisschen zu befreien. Sjörn Rosenberg an 3. Position, der hat aber schon eigentlich die Schlagdistanz verloren. Da geht es uns ruhig nur noch darum, kann Micky Härte hier die 3. Michi Härte ist hier heute wirklich sensationell drauf und mega schnell unterwegs. Michi Härte vor der Schenke. Also, die Schenke. Und der nächste Forderfall für Michi Härte vor der Schenke. Und der nächste Forderfall für Michi Härte vor der Schenke. Ich hab mich daran gespert. Ich habe mich daran gesperrt. Ich habe mich daran gesperrt, dass das die Schenke ist. Und die Schenke ist, dass die Schenke ist. Geh das schon fast? Vielen Dank.